Nehmen wir schon auf? Heyo Leute und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ihr seht, anders kein Motorrad, wisst ihr Bescheid. Und ich wollte mich vorab, für die Leute, die jetzt denken hier, wieso trägt der ein Schal, ist doch in einem warmen Zimmer. Ich bin ein bisschen erkältet, deswegen höre ich mich auch ein bisschen beschissen an, sage ich es mal so. Aber das soll auch gar nicht Thema des Videos sein. Ich wollte vorab einmal sagen, einmal erwähnen, dass ich jetzt mit der Kamera, mit der ich gerade filme, ich habe eine neue Kamera, die Lumix G70 ist das. Hat ein bisschen Geld gekostet, sage ich es mal so. Aber auch das soll gar nicht Thema für das Video sein. Denn worum es eigentlich gehen sollte jetzt in diesem Video, ist weder die Kamera, noch dass ich krank bin, noch irgendwas anderes. Sondern es gibt einen neuen Kanal von mir. Jetzt fragen sich bestimmt viele, hey, wozu, einen neuen Kanal, du hast noch deinen einen. Ja, aber auf dem Hauptkanal, da möchte ich hauptsächlich nur Motovlogs machen. Und auf meinem zweiten Kanal, da möchte ich jetzt, jetzt ist das Gehater wahrscheinlich bei vielen groß. Aber es ist mir scheißegal. Ich mache einen zweiten Kanal für Gaming auf. Da werde ich ein bisschen zocken, ein bisschen aufnehmen, ein bisschen so machen, worauf ich Bock habe. Also es geht einzig allein darum, worauf ich in dieser Situation Bock habe. Deswegen mache ich das auch. Also für alle die, die kein Gaming mögen, die können ruhig an dieser Stelle, da ist die Tür, von mir gesehen, können rausgehen, ist mir scheißegal. Aber für alle, die es interessiert. Also ich habe jetzt einen neuen Kanal gemacht, da werden Gaming-Videos drauf kommen. Aktuell zocke ich halt viel GTA 5, Roleplay-Server, falls jemand von euch das was sagt. Ist ganz witzig. Für die, die es interessiert, das ist dann auf meinem Gaming-Kanal, kann man sich das anschauen, dann wird das da so ein bisschen erklärt. Also, ich habe mich jetzt dazu entschieden, weil ich in letzter Zeit sowieso viel zocke und weniger Motorrad fahre, weil das Wetter einfach das nicht zulässt. Ich bin erkältet, ein bisschen Halsschmerzen und da macht das Motorradfahren echt keinen Spaß und jetzt kommt der Winter und so. Und ich zocke sowieso ganz gerne mal, deswegen mache ich einfach einen Kanal, lasse euch daran teilhaben. Es werden wahrscheinlich nur ein Bruchteil sein, der von den Leuten, die jetzt das Video sehen, die dann auch Gaming interessiert, was ich da irgendwie mache. Aber für die mache ich das Ganze jetzt. Also der Kanal ist unten in der Videobeschreibung für euch verlinkt. Und nicht, dass der Kanal nur verlinkt ist, sondern auf dem Kanal befindet sich schon das erste Video, was jetzt zeitgleich mit diesem Video online gekommen ist. Da könnt ihr also direkt schon mal reinschnuppern und euch so einen ersten Eindruck machen. Und es würde mich sehr freuen, wenn ihr mir auch ein Feedback da lassen würdet. Ich habe nämlich, ich weiß, die Anfänge sind immer schwer. Das ist kein Top-Video, das ist einfach nur so geschnitten und so, aber deswegen würde ich gerne, dass ihr am besten vorbeischaut, euch einen Eindruck macht, dann eure konstruktive Kritik da lasst. Und wenn ihr da Interesse habt, würde ich mich sehr auf dem Kanal über ein Abo freuen. Und es würde mich halt auch irgendwie interessieren, wie viele Leute das wirklich so interessiert, Gaming. Weil mir, ich schätze jetzt nicht, dass es von den ganzen fast 30.000, die wir inzwischen sind, ich schätze nicht, dass das viele sein werden, aber so ein paar werden damit sicher dabei sein, die da Bock drauf hätten. Und deswegen, habe ich jetzt ein paar Mal gesagt, aber für euch mache ich das, für euch. Und erstmal keine Angst, auf dem Kanal wird nicht nur dann GTA kommen oder GTA 5, da werden auch andere Games kommen, aber aktuell fange ich erstmal, man muss erstmal klein anfangen, sage ich immer. Man muss erstmal klein anfangen, deswegen fange ich erstmal damit an und dann kann ich halt nach und nach mehr Sachen da machen, mehr Formate. Ihr könnt da ja auch mal unter das Video schreiben, was auf dem Kanal online gekommen ist. Wenn ihr irgendwas habt, worauf ihr Bock kettet, was ich zocken könnte, schreibt es einfach mal unten rein, dann schaue ich, ob das möglich ist oder ob das nicht möglich ist und gebe euch dann auf jeden Fall eine Antwort darauf. Ja gut, aber trotz alledem, ich hoffe, das wird jetzt nicht zu viel Hate bekommen, das Video hier. Weil es ist ein bisschen, also was ich so mitbekommen habe, es ist ein bisschen verpönt, wenn Motovlogger Gaming anfangen und so, aber ich versuche es einfach mal. Und es wird sich entwickeln, es wird sich zeigen. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt, Leute. Also, ich hoffe, euch hat das kleine Infovideo Informationen gebracht und so. Dann würde ich sagen, ich sehe zu, dass ich am Wochenende oder so was aufnehme, wenn dann mal das Wetter gut ist. Dann kommt wieder ein Motovlog, jetzt kam ja längere Zeit nichts, dafür entschuldige ich mich. Und würde sagen, dann sehen wir uns beim nächsten Video, Leute. Haut da rein. Tschüssi, tschüssi. Bis zum nächsten Mal.